Applaus 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 Amen. 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 Schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, heute hier sein zu können und Kärkli Milliken und Dietmar Wiesner hier begrüßen zu können. Ich bin natürlich auch froh, dass es so wahnsinnig voll ist, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht etwas eng ist. Aber es ist natürlich auch eine tolle Atmosphäre dadurch und bestimmt auch ein ganz toller Start für Julia Hülsmann. Und ich wollte noch sagen, zuerst spiele ich ein Set, dann spielt die Julia ein Set. Auf diese Weise können wir die Übergabe ganz schön haben. Und wir spielen hier heute drei Kompositionen, eine von Dietmar, die haben wir jetzt gerade gehört. Eine kommt danach von mir und dann kommt eine Komposition von Kathy. Wobei wir diese beiden Kompositionen in einem Rutsch durchspielen, weil mein Stück ursprünglich drei Teile haben sollte. Dann habe ich hier nur zwei geschrieben, dann hat Kathy ihr Stück mitgebracht und das hatte ziemlich genau so eine Art, wie ich gerne den dritten Teil gehabt hätte. Darum hat es jetzt plötzlich irgendwie drei Teile. Mein Stück heißt Open Four, Dissonant Two and Missing Three. Aber die Missing Three sind ja nicht mehr Missing. Denn da kommt dann das Stück von Kathy rein, das heißt Weiter. Genau, und das Stück von D, die hieß Tree. Genau. Das ist richtig. Genau, Sie erkennen, dass Kathy's Stück angefangen hat, wenn ich anfange Text zu singen. Bis dahin gibt es keinen Text. So, damit man ungefähr weiß, wo mein Stück zu Ende ist. Und ansonsten ist das so, 20, 25 Minuten Musik am Stück. Es gibt auch gar keine Improversation, so gut wie keine. Denn es ist ja jetzt Schluss mit dem Improviser. Dann brauchen wir noch ein C. Ja, dann können wir eigentlich loslegen. Ja, dann können wir noch ein C. 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 Musik 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 Amen. 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 These notes are meant to ring on furlong Furlong Weiter und weiter, sie laufen weiter oder nicht They change their direction, where to, wohin, wohin, wohin Does it make any difference? Does it make any difference? Will it change anything? Anything? Will it change anything? Will it change? Will it? Will it? Does it make any difference? Will it? Will it? Will it? Will it change anything? Will it? Will it Will it? Will it? Will it? Oh, Gott. Musik 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 ... ... ... ... Vielen Dank.